Tag Freunde, herzlich willkommen zu unserem Video. Ich gehe hier zu Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich einfach versuchen, was ich so etwas länger nicht mehr gemacht habe. Und zwar, weil ich das ganze Video lang versuche nur bei Tilted zu landen. Ach, ja klar bei Tilted. Ja, moin. Bei Pleasant zu landen, ne? Ohne zu tilten. Wird auch interessant sein. Ja, gebt auf jeden Fall schon mal einen Dauch oben da. Wenn euch die Idee auch nur irgendwie gefällt, I guess. Und ja, let's go. Boom. So. So wird's gemacht, aber nicht anders. So. 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 Oh ja mein GG GG Jungen 60 Wo Da Klein Bot Guten Tag Wie lange tanzte da oben schon? Ich dachte das wäre ein Bot aber Junge da unten ist sogar eine Truhe was machst du denn? Ja 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 Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Loll! Yo! Okay, buddy! Okay! Er meins Ernst! Oh! Ja! Gut! Da ist noch einer! Ich hab echt gar nichts mehr! Außer einer AR hier! Nehm, ruhig! Was macht meine Gegner gerade? What? Ist... Ich bin noch nicht so ganz angekommen, was das gerade los ist. Von den... Vorne... Also von... Ich hab von owned.tv heißt, glaube ich, der Hersteller... Okay, er trifft mich ganz viel gut. Aber ich trifft ihn besser. Was ist das, was haben einige getargetet? Och, was? Zwei... Zwei Pistels, wow! Wirklich, nice! I appreciate it! Na wieder, Kappa! Wow! Skill! Boom! Und... Oh gott, was? Oh... Ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot! Ja! Yo